Hi, am Samstag war ich zu einer Ausführung von Tchaikovskys Schwanensee. Und dabei habe ich eine wichtige Lektion gelernt, das ich mit dir heute teilen werde. Ich werde dir auch zeigen, in genau fünf Schritten, wie du das selbst für dich anwenden kannst. Hi, mein Name ist Anton Morales, ich bin professionaler Geiger und Autor des Buches Geiger lernen mit Erfolg als Erwachsener. Also, ich war erstmal, damit du verstehst, wie ich dazu gekommen bin und wie du das wirklich benutzen kannst. Ich war dort und das dauert ziemlich lang eigentlich. Das dauert zwei Stunden und das war die ganze Zeit so richtig wunderschön und faszinierend. Ich habe mich gefragt, wie eigentlich kann man machen, was sind die wichtigsten Faktoren, damit man die ganze Zeit die Aufmerksamkeit von den Zuschauern behalten kann. Wie kann man wirklich diese Aufmerksamkeit von jedem Zuschauer die ganze Zeit, eine Stunde lang behalten kann? Das sind die wichtigsten Elemente dafür. Und eigentlich, was ich dabei erkannt habe, das ist, dass eigentlich, es ist, dass man sehr viel, das ist die Interpretation, dass man so viel unterschiedliche Farbe, unterschiedliche Gefühle ausdrucken muss, ja. Wenn du guckst, wie ich sie schauen sehe, jede Szene ist ganz unterschiedlich. Wirklich sehr unterschiedlich, auch wie es mit den Kostümen, die haben die ganze Zeit andere Kostüme von anderen Farben. Die Musik ist jedes Mal anders, manchmal langsam, manchmal schnell, manchmal eine Zielrichtung, manchmal eine andere. Manchmal, manchmal, die tanzen alles zusammen, manchmal nur eins, ist allein, manchmal drei. So, das ist immer abwechslend, immer was anders, ja. Und wenn du spielst, das ist eigentlich genau dasselbe, dass du, dasselbe, dass du machen solltest, ja. Du musst versuchen, dass es immer, jedes Mal alles sehr unterschiedlich, ja. So, weil auch wenn, zum Beispiel, ein Fehler, das ich die ganze Zeit sehe, das ist, jemand mag gerne zum Beispiel, sagen wir romantisch spielen, ein bisschen melancholisch, ja. Und dann werden wir so ein Stück spielen, das wird die ganze Zeit so sein. Aber eigentlich, wenn das bleibt so die ganze Zeit, das wird langweilig. Muss man auch innerhalb des Stückes immer abwechselnd, so abwechselnd machen. Hier haben wir schon wieder glücklich, dann wieder ein bisschen trauriger. Und es gibt nicht nur glücklich oder traurig, es gibt tausende Variationen, ja. Und das ist das Ziel, ja, wenn du spielst, du musst wirklich eine Geschichte erzählen. Und du musst so spielen, dass das Spiel so viele Facetten wie möglich hat. So, jetzt die Frage ist, wie kannst du das selbst anwenden, ja. So, hier die fünf Schritte, die ich empfehle. Erstmal, das ist, erst mal dich zu fragen, so, was ist das, ja. So, wenn du spielst, welche Geschichte erzählt dieses Stück, welche Geschichte dieses Stück erzählt oder will ich damit erzählen, ja. Und dass du versuchst, dann die Noten mit dieser Geschichte, die zusammen, dass die zusammen passen. Dann der zweite Schritt, das ist, dass du ausprobiert, ja. Du wirst einfach dein Gegennehmen und du wirst versuchen, das so auszudrücken, wie du dich das vorgestellt hast in deiner Geschichte, ja. Und dafür, du wirst einfach ausprobieren. Du wirst sagen, okay, wenn ich das zum Beispiel leiser mache oder mit dieser Farbe, dann klingt das mehr wie in meiner Vorstellung oder weniger, ja. Einfach ausprobieren. Dann die dritte Phase, das ist, wo du das strukturieren wirst. Und wir sagen, okay, hier diese erste Linie, so diese zwei ersten Takte, ich werde die so spielen. Dann die zwei nächsten, werde ich die so spielen, ja. Dass du dann wirklich weißt, diese vier Takte sind so, dann die vier nächsten so, innerhalb dieser zwei Takte dann hier passiert das und das. Dass du wirklich dann das hier strukturiert in deinem Kopf, nachdem du gefunden hast, wie du jedes einzelne Teil spielen kannst. Und der vierte Teil, äh, der vierte Schritt, das wird dann das Ganze zuzuhören. Das bedeutet, du wirst jetzt das Ganze spielen und am besten aufnehmen mit irgendwas, mit deinem Handy, eine Kamera, was immer, was auch immer. Und dann du wirst die Aufnahme zuhören. Und du wirst dich fragen, okay, was passt, so erkennt man meine Geschichte damit? Und für jeden Teil, du wirst dich fragen, passt das gut, diese Interpretation zu dieser Geschichte oder nicht? Und dann, du wirst sehen, dass einige Sachen eigentlich passen, viel besser als du dachtest und andere schlechter natürlich, ja. Und dann, du wirst das wieder anpassen. Und dann, der letzte Schritt, das ist eigentlich, weil du das gemacht hast, das ist so etwas, was am besten war und das du behalten kannst und die Sachen, die du eigentlich ändern kannst. Und dafür, du wirst wieder von Schritt 1 anfangen. So, was ist das, wie kann ich das besser machen und dann ausprobieren und so weiter. So, wenn dieses Video dir gefallen hat, dann klicke auf gefällt mir und lass es mir wissen oder abonniere dich auf meinen Kanal, um kein weiteres Video zu verpassen. Und genau, auch so, vielleicht hast du selbst der Schwannensee gesehen. So, mich würde interessieren, welche Lektionen hast du davon gelernt, was oder was hat dich daran fasziniert, ja. So, lass mich das einfach in einem Kommentar unter dieses Video wissen. Und falls du mein Buch noch nicht bekommen hast, so, du kannst es kostenlos bestellen. Es gibt auch unterschiedliche Online-Kurse, die du damit bestellen kannst, um so, das ist um alle, es gibt sehr viele Unterschiede von meiner Methode drin. Auch in meinem Online-Kurs, den du damit bestellen kannst, um wirklich zu lernen, die Stücke deiner Wahl so zu spielen, dass es dich richtig schön anhört. So, danke für das Zuhören. Ich wünsche dir noch sehr viel Spaß und bis zum nächsten Video. Tschüss.